Dieser Full-HD-Fernseher gehört zur M-Serie von Samsung und bringt damit eine hervorragende Ausstattung mit sich. Als Jubiläumsangebot der Woche ist dieser Smart TV jetzt für nur 349 Euro bei expert erhältlich. Der M5670 in der Größe 32 Zoll bzw. 80 cm Bildschirmdiagonale ist ein moderner LCD-TV mit LED-Hintergrundbeleuchtung. Mit seinem flachen Display und dem silbernen Rahmen verfügt der Fernseher über ein äußerst elegantes Design. Für die optimale Bildqualität sind gleich mehrere innovative Technologien integriert. Allen voran Samsungs Ultra Clean View, mit dem alle Bildinhalte nach den neuesten Algorithmen analysiert und optimiert werden. So wird zum Beispiel das Bildrauschen deutlich verringert. Für ein lebendiges und authentisches Bild sorgt auch der Contrast Enhancer, während eine weitere Technologie, das Micro Dimming Pro, zusätzlich zonengenau die Schwarz- und Weißwerte optimiert. Insgesamt besitzt der M5670 einen Picture Quality Index von 600 und erreicht damit den Höchstwert, den Samsung an seine Full-HD-Fernseher vergibt. Eine absolut intuitive und übersichtliche Fernbedienung ist die beiliegende Smart Remote, mit der nicht nur der Fernseher, sondern auch externe Geräte wie TV-Receiver oder Blu-Ray-Player gesteuert werden können. Und mit einem Druck auf die Mikrofontaste könnt ihr den M5670 sogar per Sprache steuern. Die Navigation macht Samsung dabei mit dem Smart Hub zum Kinderspiel. Die wichtigsten Funktionen, angeschlossene Geräte und Apps sind über die Schnellzugriff-Leiste erreichbar und können individuell festgelegt werden. Schließt ihr Spielkonsolen, TV-Receiver oder andere externe Geräte an, werden diese automatisch erkannt. Eine umständliche Einrichtung ist nicht nötig. Das gilt natürlich auch für USB-Sticks, auf denen ihr Fotos, Videos oder Musik gespeichert habt. Der Samsung M5670 ist schick, intuitiv bedienbar und garantiert eine Top-Bildqualität. Als Angebot der Woche ist er jetzt für nur 349 Euro in Expert-Fachmärkten oder online auf expert.de erhältlich. Ihr wollt direkt zuschlagen? Kein Problem, dann klickt einfach hier neben mir auf den Link. Dann gelangt ihr zum Angebot auf expert.de oder ihr geht in einen Expert-Fachmarkt in eurer Nähe. Nächsten Mittwoch gibt's natürlich das nächste Jubiläumsangebot und das solltet ihr nicht verpassen. Also abonniert unseren YouTube-Kanal. Ich sag tschüss, bis nächsten Mittwoch.